Moinsen Guys, euer FIFA Sweater ist back am Start mit einem neuen Video auf diesem Kanal und heute zur nächsten Elfmeterschießen Challenge. Auf meinem Kanal heute geht es gegen Hashtag das Mysterium, meinen guten Freund auf YouTube. Link zu ihm ist auf alle Fälle in der Videobeschreibung. Warum ich dieses Video mache ist ganz klar, mein Elfmeterschießen Video gegen Lächels kam bei euch super an und ich hab mir überlegt, da machen wir noch gegen ein paar andere YouTuber diese Challenge und diese Woche ist eben Hashtag das Mysterium dran. Checkt ihn auf alle Fälle in der Videobeschreibung aus, ist mein Streaming-Partner oder auch unter anderem mein Realtalk-Partner und ich würde sagen, sehen wir uns dann beim Elfmeterschießen gegen den lieben Mysterium. Und hier sehen wir auch schon im Elfmeterschießen gegen den lieben Mysterium, der kurz Hallo sagen kann. Moinsens, Mysterium ist auch wieder da. Ja, und ich würde sagen, starten wir gleich mal rein. Sein erster Schütze steht hier bereit und wer ist es? Es ist Chudley. Chudley gegen Joe Hart. Und Chudley und Hertelz, die Bank von England ist wieder am Stüssel. Ist mir der Fall am Stüssel bei mir nicht? Ja. Jawoll. Und da schießt der Nächste und er macht das 1 zu 0. Dries Mertens trifft hier gegen deinen Torhüter. Ich habe gerade gar nicht gesehen, wer es ist. Da ist ein Muß. Und Joe Hart wieder. Der Slack wie sauber mir. Ach du, du hast nur im Tor. Alles da, Slack bei dir, okay. Aber egal. Und Gormel ist verwandelt das Ding hier easy zum 2 zu 0. Oh shit. Da macht er mit dem Rahim das 2 zu 1. Jetzt kommt es auf Ruhe an Quadrado an. Ach nee. Quadrado. Nein. Erster ist da. Jetzt noch ein Chudley. Ist es schon wieder Chudley? Ja, doch gar nicht. Das ist Cahill. Cahill. Oh sorry. Ey nein. Cahill macht das Ding. Eiskalt. Man kennt ihn. Parolo. Alles da. Ries ist da. Scheiße. Jungs. Jetzt hat er. Jetzt kann er. Und das Gohani hat. Gehani. Gohani hat. Gohani hat. Gohani hat. Gohani hat. Die Legende aus meinem Video. Wer tritt jetzt an? Asamoah. Asamoah bitte macht das Ding rein. Asamoah in die Mitte und das ist der Sieg. Ich gehe mich verkaufen. Ich glaube sowas ähnliches hat vielleicht auch nach dem letzten Video gesagt. Ja, meine lieben Freunde, hier sehen wir noch die schönen Abschlussszenen, wie wir hier Hashtag das Mysterium besiegt haben. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich über den Daumen nach oben freuen und dass ihr natürlich das Mysterium abcheckt, der jetzt noch kurz ein paar Schlussworte richten kann. An euch richten kann. Ja, die Serie ist echt gut gemacht von FIFA Sweater. Und ein was würde ich noch sagen. Abonniert mich und ciao. Hashtag Erdmann und ciao Leute.